Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Tutorial auf der neuen Zombie-Karte GrottGrovir und in diesem Video wollte ich euch zeigen, wer den Drachenschlag upgraden könnte. Ein ziemlich großer Vorteil von diesem Drachenschlag-Upgrade ist, dass ihr nicht nur einen Drachenschlag im Inventar habt, sondern zwei. Und wie das jetzt mit dem Upgraden funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Was ihr natürlich als erstes benötigt, ist die normale Drachenschlag-Steuerung. Die bekommt ihr ja, wenn ihr zu Packer Punch fliegt und dort die vier Wellen überlebt, wenn ihr diesen Diamanten oder diesen Kristall aktiviert. Das Ganze funktioniert eigentlich ziemlich einfach, wie gesagt, ihr müsst ja nur die vier Wellen überleben und dann bekommt ihr auch nach der vierten Welle die Drachenschlag-Steuerung. Und eure nächste Aufgabe ist es nun, mit der Drachenschlag-Steuerung 50 Zombies zu töten. Ich glaube, es sind nicht ganz 50 Zombies, bei mir waren das ungefähr um die 48 Zombies, also es sind ca. 50 Zombies. Also das heißt, ihr müsst zwei komplette Trains töten und dann sollte das eigentlich auch schon geklappt. Eure nächste Aufgabe ist es jetzt nun, eure bestimmte Flagge außerhalb der Karte zu finden. Es gibt auf der Karte Grott-Growi vier Flaggen mit dem Eisernen Kreuz, die extra für diesen Drachenschlag auf die Karte gestellt worden sind. Und die Sache an diesen Flaggen sind, wenn ihr jetzt nun die 50 Zombies getötet habt in Solo oder auch Koop, dann ist es so, dass jeden Spieler nur eine von diesen Flaggen angezeigt wird. Ich werde euch jetzt alle Spots erstmal zeigen, bevor ich euch den Schritt nochmal genauer erkläre. Und zwar befindet sich die erste Flagge bei Quick Arrive im Anfangsraum. Das heißt, ihr schaut nach hinten, ist ein bisschen schwer zu erkennen, weil dort der Rauch überall ist. Aber mit einer Sniper seht ihr hier das Ganze, denn dort befindet sich ja auch schon die erste Flagge. Die zweite Flagge befindet sich dann bei Supply Depot, also bei der Bibliothek. Das heißt, ihr geht nach oben zu dem Steg und schaut einfach mal nach links zu diesem abgebrannten Haus. Und dann befindet sich auch schon vor diesem abgebrannten Haus links der nächste Flaggenspot. Der dritte Spot befindet sich dann auch schon bei dem Dragon Command Raum. Das heißt, ihr geht dort wieder nach oben zu diesem Steg und schaut einfach geradeaus in diese Bucht. Und da seht ihr auch schon ganz hinten hinter einem Stein versteckt in den nächsten Flaggenspot. Und der letzte Ort, wo sich einer der vier Flaggen befinden kann, ist dann auch schon bei dem letzten Drachenlandeplatz. Und zwar bei Tank Factory. Das heißt, ihr geht wieder nach oben zu dem Steg und schaut dann in die Richtung von diesen zwei Panzern, wo da eine Panzer in der Luft hängt. Und da befindet sich dann auch schon der letzte Flaggenplatz. Und die Sache ist jetzt nun, bevor ihr jetzt nun diese 50 Kills gemacht habt mit dem Drachenschlag, ist es so, dass jedem alle vier Flaggen angezeigt werden. Das heißt, ihr könnt alle Flaggen erstmal suchen, erstmal schauen, wo sich diese wirklich befinden. Und sobald ihr genügend Kills gemacht habt, seht ihr sowohl Koop als auch Solo nur noch eine Flagge von diesen vier Flaggen. Das heißt, jedem wird eine unterschiedliche Flagge angezeigt, wenn ihr Koop spielt. Und deswegen müsst ihr einfach mal zu diesen Flaggenspots gehen und bei jedem mal schauen, ob ihr dort eure Flagge seht. Und wenn ihr dann eure Flagge gefunden habt, müsst ihr nur noch einen Drachenschlag auf diese machen und dann sollte auch diese schon verschwinden. Und die letzte Aufgabe ist es nun, wieder zu Packer Punch zu gehen. Und jetzt könnt ihr wieder diesen Kristall aktivieren und ihr müsstet sozusagen wieder Wellen überleben. Die Sache ist jetzt nun an diesem Wellen. Es geht eigentlich nicht wirklich darum, die Wellen zu überleben, beziehungsweise die Zombies zu töten. Es geht hauptsächlich darum, dass ihr mit dem Drachenschlag Zombies tötet. Das ist eigentlich ganz wichtig. Ihr bekommt auch nach ein paar Sekunden, ich glaube 10 oder 15 Sekunden, bekommt ihr jedes Mal auch wieder einen neuen Drachenschlag. Das heißt, ihr könnt eigentlich genügend Drachenschlag spammen. Und solltet ihr Koop spielen, solltet natürlich jeder Spieler das Ganze machen. Solo habt ihr das Ganze hier gesehen. Ich überlebe die Wellen, hau aber immer meinen Drachenschlag raus. Und dann sollte das Ganze auch ziemlich schnell funktionieren. Denn die Sache ist, ich habe schon bei vielen anderen Leuten gesehen, dass sie nicht Drachenschlag benutzt haben. Und da hat das Ganze umso länger gedauert, es kamen ziemlich viele Wellen. 5 bis 6 Wellen war das, glaube ich, bei denen. Deswegen solltet ihr diesen Drachenschlag einfach immer wieder spammen, wenn ihr diesen dann wieder bekommen habt. Und sobald nun alle Wellen überlebt sind, beziehungsweise das Licht grün angeht bei diesem Kristall, könnt ihr auch schon das Drachenschlag Upgrade abholen. Und zwar heißt das Ganze Draconid und hat, wie am Anfang schon erwähnt, den klasse Vorteil, dass man jetzt nur zwei von diesen Drachenschlägen hat. Und das ist einfach extrem praktisch, wenn man in Notsituationen ist oder beziehungsweise zweimal seine Teammates wieder blieben muss in einer Runde. Deswegen ist das Ganze wirklich ziemlich praktisch. Es sieht auch ein bisschen anders aus. Das heißt, der Drache spuckt nicht mehr solche grünen Feuerbälle, sondern rote Feuerbälle. Ich glaube, die Attacke von dem Drachen ist auch ein bisschen stärker. Und somit war es das jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Tutorial. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Reaper.